So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück bei einem Endlosschleife-Aus-Hö-und-Herspringen. Krieg ich jetzt mal den Block? Hallo? Geht doch. Okay, merken. Fail aus der letzten Folge. Ich bin in das falsche Feld damit gegangen. Das geht ja nicht. Das hatten wir ja schon vor 30 Jahren. Bounce. Ach, geil. Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Oh. Also keine offenen Brüche und so. Haben am besten, wenn man in der Alperture abhängt. Ne, ich chill hier. Ich frage mich, wieso wir eigentlich keinen einzigen Weg finden, irgendwie aus dieser Anlage rauszukommen. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dass man das nicht kann. Aber, naja. Mal schauen. Vielleicht erfahren wir es, ja. Irgendwann. Ob man da vielleicht rauskommen kann. Im Portal 1 sind wir auch irgendwie rausgeflogen. Und dann lagen wir oben an der Anlage. Dann geht es irgendwie nicht mehr. Tja. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Wo kann ich dir jetzt hier Portale setzen? Da bin ich nämlich mit dem Atemnot verzweifelt. Dann habe ich Schluss gemacht. Dann habe ich das geladen. Und dann war ich weiter. Und ich habe dieses Rätsel nie gelöst. Aber ich glaube, ich werde es jetzt lösen. Dank euch. Passt auf. Ich bin so gut. Das war ja auch so schwer. Ich wusste, dass das eine Portalfläche ist. Ich war einfach schon so... Dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln. Genau wie ich. Die ganzen Zähler meinten, ich kann keinen lassen oder vorstuße. Es hat es trotzdem getan. Rappen sind teuer. Äh, was, was, Po? Das ist nicht so eine Taktik. Die gefällt. Bounce. Nein! Du musst höher kommen. Hoch. Äh, Samurai. Okay, da... Ach nee, wir können hier noch hin. Können die nicht auch aufhalten? Ja, natürlich können wir das. Wir können mit unserem Charakter sagen... Pass auf, hier ist Schluss. Okay, wir kommen jetzt bis nach da hinten. Äh, nee, warte mal. Das war jetzt unklug. Aber es ist eine Möglichkeit. So. Du musst jetzt genügend vonkriegen. Wir können den Boden voll mit Portalen pflanzen. Aber der Schwung reicht niemals aus, oder? Egal. Schauen. Testen. Ähm, nein. Das heißt, wir bräuchten hier das Zeug. Aha. Ah, ja. Ich hab einen Plan. Ob ich das so... Nein, ich schaff das nicht. Nein, das ist ja ungünstig. Jetzt haben wir auch so doof zu springen. Mach's mir kirre. Mann. Okay, wir müssen wieder mit Anlauf. Bounce. 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 So, jetzt müsste das reichen. Wuhu. Ja, das hat super funktioniert. Der Kaffee von vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Kalzium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Kalzium versteigen. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Oh, das ist nicht gut. Was machen die eigentlich alles in dieser Forschungsanlage mit daheim? Das ist ja ein Fauxpas. Die kaufen die Leute bestimmt alle ein. Hier, 10er, 5 Euro, 30 Cent. Die weiß ich nicht. Und gehen wir davon aus, die kaufen die Leute. Das ist die einfachste Methode. Wenn du von der Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns bescheiden. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir raus operieren. Hä? Achso. Ich muss ja erstmal hier hin. Flatsch. Ich lass den das erstmal weg machen. Blub, 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 blub. Äh. Da. Gewinn, Tony. Ganz ruhig bleiben, sag ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Ich glaub, die sind ja auch alle verwirrt. Hui. Au, ist das klug. Ey, das hat funktioniert. Ich hab echt gedacht, dass jetzt noch mehr auf uns zukommt. Mhm. Mhm, mhm. Okay, Sachen zum Anlauf nehmen. Interessant. Muss man langsam wieder ein Aufnahmepäuschen machen. Ich nehm noch jetzt schon wieder vier Folgen an einem Stück auf. Ich nehm mich nicht so gern über eine Stunde auf. So, haben wir es. Achso. 29 und 9, das geht ja noch. So. Ja, das hat sehr richtig gebracht. So, da kommen wir hin. Haben wir hier Gale. Huh. Gale. Ja. Wir haben hier sogar Gale. Nein. Ist ja blöd. Wir haben uns einfach mal das blaue Portal als das Gale-Portal. Achso, das fällt natürlich jetzt hier durch. Fert auf mich. Das hat nichts gebracht. Hier vielleicht noch hin. Bounce. Ach, toll. Dafür ist das wahrscheinlich einfach nur, um hier weg, um von da unten wegzukommen. So. Das ist der Raum von eben. Wir brauchen auf jeden Fall das Gel. Das habe ich mir gedacht. Da ist noch was. Ich habe schon hier das falsche Portal gesetzt. Da war gerade ein leichter, das sagt Clipping-technisch komisch aus. Okay, das ist keine Portal-Fläche. Oh, ich habe das Gefühl, es wird jetzt Timing angesagt sein. Oh, hallo. Oh, hallo. Und tschüss. Guck mal nochmal hoch. Hallo. Hui. Das ist cool. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Reicht das, wenn ich so mache? Ich gehe mal davon aus. Ja, das war, das hat gereicht. Das sah irgendwie komplizierter als aus, als es war. Vielleicht wird es ja noch komplizierter, oder auch nicht. Ironymo. Sirs, es bedeutet, du vertuldest zwischen den Tests sehr viel Zeit in den Fluren. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ach, Quatsch. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese drei Jürgen haben sich schon in Zwischenzahlen von Kumpenfliegenfliegenfliegen. In der Liedernphalitarie. Was ist das? Ich war niemals die Vorhaufgaben, aber ich war nur hier. Also, ich hab' da die, 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 das weise, die, die hatten, die, die, die haben, die, die hatten. Ich hab' da aber die Untertitel. Ich habe gerade irgendwie ganz komisch, dass man nicht mehr verstand. Hm. Ich hab' irgendwie lustbar auf mal Hause zu machen. Uist. Erstens ruckelt es schon wieder Und zweitens haue ich da gerne was Oh, was? Oh, 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 das wollte ich nicht Das wollte ich nicht Oh Ey, komm her Du musst dich anfangen Boah, so ein Glück Muss ich den erst mal abwaschen So So brutal habe ich mir das gar nicht vorgestellt Ich dachte, da gäbe es einen einfacheren Weg Und jetzt Blablabla 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 Wabbel Komm ich glaube es rüber No Und jetzt muss ich den wieder einsauen irgendwie Dass der wieder wegkommt Okay Das ist ein ganz komischer Typ Der hätte bestimmt auch das falsche genommen Sehr suspekt 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 Dieser Trupp Der sich da Der Wissenschaft Begnügt Nee, wie sagt man denn Ergürzt Nee, weiß ich nicht Wie man das nennt Was man da sagt Denn jetzt ist Alright Sehen die Kommentare Glückwort Allein, dass du hier stehst Und mir zu mir Du weißt, dass das ist ein unschätzbarer Gewinn Für die Wissenschaft Bis ab Das ist komisch, dass ich das so ein Doppel Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement Und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten für die Treue gehalten Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn das Ganze so ganz ausgereift ist Halte dich an so einen Topf vorn, dann steht eine unserer Limousine immer für dich bereit Ah ja, das merke ich wohl Exit Und der Exit ist zu Hallo, Kate Johnson Von Johnson, Johnson Johnson, Johnson Oh yeah, wir können hier ein Portal wieder setzen Ich will da raus Ich will da raus Das ist mies Ich fühle mich gemobbt Das ist aber jetzt echt mies Rücke hier umtür zu öffnen Ah ja, da saß das Portal von Aperture Science Das war eine dünne Wand Das war witzig Ein großer Fund Nee, gar nicht Das war ein ganz schöner Scheiß Weil man ganz beschissenes Timing braucht Hem Hem, hem Das weiß ich nicht mehr, das Timing Ach so So einfach war das Ich hatte ein dünnes Gefühl Ich habe da früher Stunden Unbewusst Und Jetzt haben wir hier den Flow gestartet Oha Und in diesen großen Bereich Gehen wir in den nächsten Folge Bis dahin Tschüss